Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Bitcoin bei 42.800 US-Dollar. Was war gestern los? Dump in Richtung 41.100 US-Dollar, dann sofort wieder Kapitulation hoch auf 43.500 US-Dollar und jetzt traden wir hier bei 42.600 US-Dollar. Was war gestern los? Ganz einfache Erklärung, es gab dieses Ledger-Sicherheits-Lag. Daraufhin sind die Kurse komplett eingebrochen, aber es gab auch noch andere Gründe. Die werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video ein bisschen genauer angucken. Außerdem, ob wir jetzt nochmal ein Short eingehen sollten oder nicht, das schauen wir uns auch im heutigen Video an, bevor wir hier durchstarten. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram Talk und Signal Group reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wie gesagt, wie immer, BingX, wenn ihr noch eine Börse sucht, dort könnt ihr Forex, Krypto und auch die Stockmärkte traden, von denen ich momentan ein bisschen Abstand nehme. So, jetzt aber rein, wie gesagt, Bitcoin bei 42.600 US-Dollar. Aber gestern, die News haben natürlich alles verhauen. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind weiterhin nicht über das Golden Pocket rübergekommen. Natürlich hier im 1-Stunden-Timeframe, wir bleiben jetzt mal hier auf dem 4-Stunden-Timeframe. Ein richtiger fetter Close über unserem Golden Pocket war nicht. Wir haben gestern früh im Video schon gesprochen, dass die Ineffizienz geschlossen wurde. Daraufhin kamen dann gegen Nachmittag natürlich dann auch die News mit dem, wie gesagt, Ledger-Hack. Also ist mittlerweile wieder behoben, also müsst ihr euch keine Gedanken machen. Trotzdem, vielleicht auch nochmal so als kleiner Reminder, lasst nicht alles vielleicht auf einem Hardware-Wallet, sucht euch mehrere Hardware-Wallets und verschiebt es da. Und verbindet vor allem niemals euren Ledger, eure Bitbox, eure Tangium, irgendwas auch immer, mit irgendeinem Wallet-Connect. Dafür sind die ganzen Hardware-Wallets nicht da. Die sind da, um eure Kryptos zu sichern und nicht um sich, ich verbinde sie hier, ich verbinde sie mit Lieferando, ich verbinde sie mit H&M. Also ihr wisst Bescheid, bitte nicht machen. Auf jeden Fall. Daraufhin gab es dann eben die News, die uns dann nach unten geführt haben, innerhalb von ein paar Minuten und es ging sofort wieder steil bergauf. Aber wir haben es auch hier nicht über das Golden Pocket geschafft. Deswegen bin ich momentan short. Also bin da gestern jetzt nochmal reingesprungen. Einerseits vorher wurde dann ausgestoppt, bin jetzt aber dann doch nochmal reingegangen. Sollten wir nochmal ein bisschen höher kommen, weil für mich oder für euch ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu risikoreich. Ich bin jetzt hier nochmal hinterher gesprungen, weil ich einfach denke, dieser Wig hier unten, mich verwirrt das Blaue gerade, sorry, dass wir uns diesen Wig hier eben noch einmal holen und diesen würde ich dann eben auch gerne, jetzt mal gucken, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. So, jetzt aber, dass wir uns diesen Wig hier eben noch einmal holen und trotzdem gehe ich weiterhin davon aus, dass wir immer noch in Richtung 38.000 US-Dollar fallen können. Mich hat es eigentlich gestern, hätte es mich nicht gewundert, wenn diese Situation ausgenutzt werden würde, um die Kurse dann doch nochmal deutlich, deutlich nach unten hin zu bringen. Wir sind nicht über den Golden Pocket ineffizienz geschlossen. Diese Bewegung hier gefällt mir überhaupt nicht und deutet das erste Mal darauf hin, dass wir uns zumindest nochmal im Laufe des heutigen Freitags diesen Wig holen und dann wird es ernst. Entweder schließen wir drunter, dann ist aber wirklich Abfahrt, weil so oft wie wir diese Zonen hier unten jetzt um 40.500 US-Dollar angetestet haben, einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann eben jetzt hier noch den 41K-Bereich, sieht das ehrlich gesagt nicht gut aus. Also für mich, ich bleibe dabei, die 40.000 bis 37.500 US-Dollar-Marke, das ist unsere große, große Box, die ich gerne antesten würde. Sollte diese brechen, gehen wir sehr, sehr wahrscheinlich weiterhin in Richtung 33.000 US-Dollar. Aber an sich hat sich zu gestern, trotz jetzt auch dieses Ledger-Vorfalls, erst einmal gar nichts geändert. Ich bleibe bei meiner Meinung. News-technisch kam mir dann, ehrlich gesagt, gestern gar nichts mehr. Wir können uns das nochmal ganz kurz angucken. Wenn wir mal auf heute klicken, heute um 14.30 Uhr kommt eigentlich gar nichts. Also heute sind wir eigentlich fein raus. Gestern waren noch, wie gesagt, diese Arbeitsmarktdaten, aber auch da ist nicht wirklich viel bei rumgekommen. Die sind weiterhin absolut im normalen Umfeld. Die Erstanträge Arbeitslosenhilfe sind nicht sonderlich hoch. Ich frage mich die ganze Zeit, wer diese ganzen Zahlen manipuliert, weil es kann einfach nicht sein. Aber, was mir aufgefallen ist gestern in den Kommentaren, ich habe ja gesagt, schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das wirklich alles nachhaltig ist, diese Bewegungen, waren auch die meisten davon überzeugt, dass hier möglicherweise bald eine Kapitulation bevorsteht. Wir haben uns die Märkte lang genug angeguckt. Ihr seht hier S&P, Nasdaq, alle die in Richtung All-Time-High gehen, was normalerweise nicht sein sollte. Unser DAX-Trade läuft noch ganz knapp, also Stop-Loss hier noch nicht ausgelöst, ist jetzt schon wieder ziemlich auf Entry hier. Aber das ist auch der einzige Trade, der läuft. Gold komplett am Pumpen momentan, also auch hier hat sich noch nichts geändert. Also viele sind der Meinung, es wird noch eine Kapitulation folgen und diese kann, wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen der Überzeugung, dass das vor Weihnachten passieren wird oder eigentlich muss es vor Weihnachten passieren, wegen einem Spot ETF, dass dann eben diese Kapitulation, vielleicht erst im Cryptospace und dann im neuen Jahr, Anfang des Jahres möglicherweise an den Aktienmärkten kommt. Schreibt gerne mal weiterhin eure Meinung unten rein, würde mich riesig interessieren, was ihr davon haltet. Und ansonsten gehen wir jetzt mal noch rüber zu Ethereum. Hier leider gestern auch nicht mehr dieser WIC abgeholt worden, wo wir darüber gesprochen haben, das wäre noch ein kleines Long-Szenario gewesen. Leider nicht abgeholt, wir traden aber auch hier weiterhin um das Golden Pocket beziehungsweise um das 0786er, auch hier jetzt die Ineffizienz das erste Mal gefüllt worden. So richtig Power ist da aber momentan nicht drin. Jetzt ist es Wochenende, jetzt sowieso nicht mehr in irgendwelche Long-Positionen reinstehen und es stimmt mich hier auch derzeit jetzt nichts weiterhin Long, wo ich sagen würde. Wenn dann, könnte es nur noch heute ein ETF genehmigt werden, dass das Ding nach oben ballert. Aber ich glaube nicht, auch weil die USDT, die derzeit deutlich, deutlich weniger gedruckt haben, also wir haben nicht mehr dieses komplette To-the-Moon-Ding bei den USD-Tether, die jeden Tag jetzt gedruckt werden. Das hat ein bisschen nachgelassen. Einfach jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin jetzt erstmal, wie gesagt, bei Bitcoin short. Ethereum halte ich mich komplett raus, weil das Ding sowieso nochmal ein bisschen anders verläuft, meiner Meinung nach. Auch wenn wir mal ganz kurz auf die Bitcoin-Dominance angucken. Auch hier haben wir ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass hier sehr, sehr wenig tut und wir momentan eher in einer Altcoin-Season sind. Das habe ich euch ja gestern anhand des Beispiels hier gezeigt, dass ich momentan denke, wir sind locker schon in der 3, wenn nicht schon sogar mitten in der 4, weil wir auch die ganzen kleinen Small Cups mittlerweile pumpen. Auch die BRC20-Coins gehen to the moon komplett geisteskrank eskaliert. Deswegen warten wir jetzt hier erstmal ab. Wie gesagt, Bitcoin bin ich jetzt erst einmal short. Die Stockmärkte bleiben raus erst einmal und ansonsten gibt es momentan eigentlich wenig hierzu zu berichten. Ansonsten später kommt dann noch ein kleines XRP-Update-Video. Ich bin short. Wenn wir nochmal ein bisschen höher gehen sollten, das heißt so in dem Bereich vielleicht 43k, wird auch nochmal ein Signal explizit in der Gruppe kommen. Aber ansonsten, wer sich noch reintraut, ja, Stop-Loss, aber hier mindestens über das Hoch bei 44.050 US-Dollar, das heißt hier ein bisschen drüber. Momentan ist Risk 2,2%. Wenn wir nochmal höher gehen, könnt ihr theoretisch auch noch eine zweite Pussy reinmachen. Ansonsten warten wir jetzt meiner Meinung nach erst einmal ab. Überstürzen nichts. Genießen den Freitag. Genießt den Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Später XRP-Update-Video. Und dann hören wir uns auf jeden Fall später wieder. Bis dahin. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypt.